Wenn es jetzt wirklich so ist, dann einfach aus. Bitte, bitte nicht, bitte nicht. Ja, nächster Urlaub neu, glaube ich, sage ich. Okay, Leute, let's go. Habe ich mich gestummt? Hallo, 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 hallo. Okay, ich habe mich gestummt. Ich hoffe, ich hoffe, ja, Erik killt mich jetzt. Mal gucken, Leute. Habe ich Twitch aufgemacht? Nee, ne? Ey, ich Idiot. Bin so dumm. Ich schwöre, Leute, ich schwöre. Ey, ich wollte diesen Fehler vermeiden. Und den Fehler mache ich schon wieder. Bin so dumm. Jetzt geht's wieder, warte. Wenn ich jetzt gekillt werde, ich raste aus. Tippt alle mal auf den Bildschirm, Leute. Schaffen wir direkt tausend Likes direkt zusammen. Alle mal auf den Bildschirm tippen. Hi, Leon, was geht, Digga? Alles gut? Bester Mann. So, Jungs, perfekt. Kann man mit arbeiten. Mal gucken, vielleicht werden wir direkt... Ach, Digga. Theoretisch müsste ich jetzt richtig reinscheißen. Ähm, ja gut, ähm. Wer hat denn ne weiße Hose an? Äh, äh, äh. Hä, jetzt kann ich gar nicht sagen, wer es ist. Soll. Ich hab irgendwas Weißes laufen sollen. Jetzt hab ich gedacht, jetzt hab ich gedacht, ich hab ne weiße Hose gesehen. Äh, ich bin das selber weiß. Also ich hab nur auf den Camp gesehen. Also ich bin mir, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass es dann Eric ist. Okay. Eric, wo warst du denn gerade? Ähm, ich bin gerade Elektriker. Oh. Ich hab den Camp. Ich bin da jetzt gerade hingelaufen und du bist da. Ja, ich hab's gesehen. Und danach die Leiche da. Also, ne? Ja, ich bin Elektriker und will eigentlich Licht fixen. Was hast du da gemacht? Wo bist du? Elektriker. Äh, bist du gerade in dem Moment Elektriker? Ich kam von links und hab, äh, Licht ausgemacht. Also Licht, äh, nicht aus. Das war noch an. Er hat Licht ausgemacht. Was hast du ausgemacht? So dumm, Digga. Äh, das war wahrscheinlich, ne, ich war mit Steve. Ja, GG. Gut. GG, hat er gesagt. Warst du mit mir? Äh, kurz Elektriker. Ich war nicht Elektriker. Na, dann mach ich mich zuerst, ne? Digga, es war so dumm, dass du mich gekillt hast, Digga. Ich schwör's dir. So dumm, Junge. Ich hab jetzt gerade irgendwas Weißes in G-Coming gegen sie, äh, so in G-Coming gegen sie gesehen und dann auf einmal war das irgendwas Weißes und dann hab ich halt daran gedacht. Weiter geht's. Nee. Oh, hier wird es, äh, hier wird es echt. Erich? Ja, ist schön. Du bist weg? Ah, hier. Ich hab' praktisch, wir wollten Lobby wechseln. Ah, egal. Egal. Ja, nicht gut. Schmeckt. So, mal gucken. Mal gucken, wer kommt. Boah, Digga. Acht Sekunden noch? Oh, wir müssen das richtig schlau spielen, Chat. Elektriker. Okay, okay. Gleich hier. Und Navigation war auch, ich hab'n keinen Sinn. Was? Das ist ein zweiter? Wo wart ihr alle? Äh, 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 sieben, warte mal. Sieben. Man hat sich verkämpft, 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 verkämpft. Äh, bis Navigation war zweiterisch. Stopp, 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 warte mal schnell. Äh, kam Erik reingelaufen? Hast du den gesehen? Wo, wie, wo? Weil der war nämlich bei uns dann im Raum, auf einmal. Ich hab' dich, ich hab' auf dich gewartet, dann bist du, äh, okay. Wo, wo waren die Leiche? Der andere? Der andere? Äh, der andere? Der andere? Äh, Bumi, wo bist du? Ich bin bei Matt Bay. Matt Bay? Nein, Matt Bay Camp, Matt Bay Hore hab' ich niemanden gesehen. Bist du, bist du rausgelaufen, oder warst du in deinem Raum, oder? Ne, ich renne da gerade rein. Wo ist die Leiche? Äh, eben, wo ist die Leiche genau? Navigation, war die. Auch vor den Camps, im Hallway. Das kann nur ein Bumi-Kill sein. Hä, nein. Im Hallway-Kill-Kill-Kill. Warum ich, Digga? Warum ich? Dir sagt gerade, Electrical. Erik, Erik war links und Serling war noch Ding. Ja, aber Electrical ist ja links. Ich war auch rechts, aber bin dann nach links hingegangen. Wo, wo, rechts? Wo, rechts? Äh, ich, meine Navigation war ich kurz. Egal, ich sag Erik, Digga. Ich sag Erik. Wenn die Leiche... Ich war ja... Hä? Ja, ich wähl Erik, Digga. Ich wähl Erik. Glug-Glug-Task? Hä? Nee, ich, ich geh davon, ich geh davon aus, dass es Bumi ist. Weil ich hab den die ganze Rune nicht gesehen. Probier. Tut mir leid. Ich bin mir sicher, dass er es ist. Ich bin mir sicher, dass er es ist. Ja, sicher. Sohn umson. GG. jungen war ja hier reingegangen, naja? ja da war schon echt gut aber stark hast du weitergelebt äh, doppel ja, tschüss wer ist jetzt raus? 9 weiter gehts wie random wir sehen Müll so weiter gehts heute ich bin gespannt Jacques, ich brauchst das wieder der warst ja, der warst schon wieder der warst schon wieder mein game ist gerade gecrashed ja, komm schnell rein ja, tschuld die Familie war so glücklich hab direkt die Karte gemacht erster Versuch auf Kuss, Band hängen und so er ist so am hängen, oder was? bei sechsten Versuch, das war mein Bestes ne, das letzte Mal ging auch beim ersten Mal auch Kontrolle, das ist sehr, sehr schwer ja perfekt weiter gehts weiter gehts nächste Runde ich komm vielleicht gleich auch ok, mach oh, was mach ich hier ey ah, jetzt gehts Digga, Erik steht da, Tetra steht da entweder Tetra oder Erik die Karte Boah, jetzt bin ich gespannt Alter jetzt bin ich wirklich gespannt Bro, warum stehen die so komisch da? ich sag dir ehrlich Boah, natürlich wärs so spannend jetzt, ne? Zettling, ok Komisch Digga, die Jungs sind ganz komisch Jungs Jungs Ja, wir haben verloren Ah, doch nicht Alter wir sollen mal Gas geben hier ich muss mich bisschen beeilen, Alter weiter gehts weiter gehts jawoll jawoll Leute, 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 Leute Leute, Leute, Leute ich hab, ich hab ich hab ich hab nur ne kurze Frage ich hab nein Nee, ich möchte nur wissen, was Steven gemacht hat ja, und du? nicht eingegeben Oh, du? nicht eingegeben Ich bin da, ich bin da weggegangen ich dachte mir schon, dass jemand gekillt hab den ganzen Tag gespampt und da standen drei Leute da vor mir ja, ich bin extra weggegangen wegen Stackel und, äh, ich will jetzt nicht sagen, aber Erik hat als Self-Report, gell, vor mir gekillt ich komme und hat als Leute, ich seh Steven wirklich ich seh ich, äh, wollte gerade ein Mad-Base-Scan machen und ich geh so nach oben und dann, äh, steht das Dean einfach so rum und kid einfach Boomy wirklich Ich hab eine ganz wilde Idee Erik sagt, er hat ein Mad-Base-Scan, ne? Ist ja hast du ihn schon fertig gemacht oder noch nicht? Weil Boomy wieder weggegangen ist, äh Boah, Ausraster-Chat hab ich abgebrochen und bin hochgegangen und dann, äh, war das Team Gut, dann machs den nochmal weil, falls das einer von uns noch einer noch einen Mad-Scan hat dann haben wir ihn oder nicht oder nicht oder nicht oder nicht ja, wer wurde jetzt ey, man kann doch, man kann doch Scannen nicht abbrechen, oder? doch, nein ey, kann man das abbrechen? ich hab einfach, ich hab keine Ahnung ja, ich hab auch, es gibt, das ist wirklich das ist ein Auf und Auf, ne? ich hab beide Woten sich gegenseitig ich glaub das heißt Auf und Auf, aber, ja Arme oder im Lüftereich halt die Fresse die können kein Deutsch ich bin gestorben ich bin doch so dumm wir gucken jetzt mal an der kilpisch und eric das er hat für real dumm sind die dumm ihr habt ihr das gesehen wir müssen jetzt es ist so krass damit meine ich jetzt ja Ja? Ja. Hast du mich gesehen, wie ich in Mettbeck rumgespielt habe, falls Anna Wendt in Wendt reingeht? Ja, jetzt wird er ja sagen, oder? Nein, aber es ist zu 100% Steven, weil ich ihm... ...dass er durch Storage in Elektrofil reingegangen ist. Ich sag euch ehrlich, es ist so fatal gespielt, dass wir ihn jetzt nicht rausgeworfen haben. Oh! Wirklich! Bitte! Also sein Gestotter lässt mich darauf schließen, dass es Steven ist. Ja, bitte! Nein, ich meine, dass er den Erektiger Z-Statter ist. Das kann doch vielleicht sein, dass er spessig ist, weißt du was ich meine? Unter Stress steht, weil das halt ist und blablabla. Wurde ich zu sagen, welche Tatsache ich habe? Also ich war jetzt bei Weapons, hab wieder die Astro... Stimmt doch, ich war da. Dann war die Runde davor. Ich hab's leider nicht gesehen. Das ist abgebrochen, dann war ich jetzt bei Security bei... Boomi, mein Stern. Das ist auf dem Biss doch. Ja, Erik. Es ist gerade lustig. Gut, ihr verliert. GG Leute, GG! Wir haben verloren. G-G-G-G-G-G. Ich hab' so Scheiße gespielt, ne... GG, Jungs, GGs! Digger, hey, an deiner Stelle, Erik, ich hätte einfach gesagt... Ey, der hat Bumi gekillt und fertig. Ohne zu stottern, Digga Ich hätte einfach gesagt, Digga, ich hab's gesehen Der Bumi gekillt Steven ist es Nein, Steven war es Ich hab jetzt so schlecht gespielt So schlecht und ihr seid noch schlechter Ey, ich Ich wollte nicht wissen, gerade Wie ich ausgerastet bin Wirklich, das ist Und dann stehen sie am Ende Vom Report Chat, ich hör's euch Was passiert hier? Ja, ich konnte mir selber nicht vertrauen Ich hätte mich dann selber gewartet Ich wusste echt nicht, wer es war Ja, ist auch Wir wussten schon von Anfang, Steven, Alter Weiter geht's Nicht ganz, Mann Ja, sehr anempicklich Ja, wirklich selber Du siehst jetzt gleich, was du davon hast Also die Runde ist lustig, Chad Die Runde ist lustig Die Runde ist lustig, ja, wirklich Может werden wir da Neues Was passiert Meine Liebe Sind schon Ja, in der Meine Fresse, ey. Dieser Tast dauert auch so lange, dass man stirbt, Alter. Ich spüre es euch. Der Tast dauert extra so lange. Jungs. Ich sag euch, da ist bestimmt schon einer gestorben. 100 Pro. Irgendwo hier liegt er. Und, wo liegt er? Ein Electrical. Wo liegt er? Ich bin gespannt, Alter. Und, wo liegt er? Meine Fresse, ey. Ich guck mal. Steve ist auch tot. Okay, du mir safe. Hä? Alles gut. Das war gerade die Electrical. Ey, wo lagen bei... Ich lag Navigation. Aber man hätte sie nicht sehen können von der Cam. Ich weiß nicht, es war jetzt wahrscheinlich keiner an der Cam, aber ich habe sie nicht rot-linken sehen. Richtig. Navigation. Äh, wo wart ihr? Wo wart ihr? Ich war Electrical. Ich war jetzt gerade bei Storage. Storage. Was hast du da gemacht? Gar nichts. Ich wollte zum anderen nicht so aufgaben. Wie? Was hast du für eine Aufgabe gemacht? Welche Kabels? Ja, also meinst du die Kabel im Lager jetzt oder wie? Oder er meint die Kabel bei Navigation. Ich schwöre es dir. Er meint die Kabel bei Navigation. Bei Navigation habe ich nämlich auch Kabel gemacht. Jetzt bin ich schon bei Electrical. Da sind drei Aufgaben für mich. Ich sage euch ehrlich, er macht die Kabel bei Navigation. Die meint er. Bei Navigation habe ich nichts. Wer hat noch was bei Navigation gehabt von euch? Vorher? Ich hatte davor. Ich war am Anfang mit Navigation und danach bin ich mit B. Ich bin bei Electrical. Ich mache gerade drei Aufgaben. Direkt am Anfang der Runde bin ich dort hin. Und dann oben lang zurück, weil ich alle anderen... War da mal nach dir? War da mal jemand? Ich habe die letzten 1,5 Minuten gar keinen gesehen. Gar keinen. Ja, okay, weil ich habe jetzt auch niemanden mehr gesehen. Hä, wo warst du denn? So 30 Sekunden oder so. Wo warst du denn? Von Lager Richtung Schilde und von Schilde nach Navigation lag halt die Leiche. Bei der Kamera. Hä? Erik left the game. Ich auch. Ja, ich auch. Und wer war's? Zertling war's, ne? Ich Zertling. Digger, ich wusste so, dass du es warst. Digger. Wer war's? Zertling. Zertling. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe... Zertling, du warst an den Camps, oder? Nein. Zertling war der Killer, Junge, der hat die alle gefressen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.